Das, was Frauen wirklich hören wollen. Ja, was ist das denn? Du kennst vielleicht die Situation oder denkst vielleicht schon darüber nach, dass du draußen in der Stadt Frauen ansprichst. Wenn du das schon öfters machst, dann merkst du vielleicht, dass du irgendwo nicht wirklich weiterkommst und dass du manchmal gar nicht weißt, warum die Frau jetzt irgendwie kein Interesse hatte. Es gibt da so eine bestimmte Sache, die dich da eventuell blockiert. Und zwar ist es die, dass viele Männer eine Art Checkliste in ihrem Kopf haben. Das heißt, jeder hat so ein bisschen seine andere Vorstellung, wie er denkt, dass die Frau wollen würde, wie er sich verhält. Ein bisschen kompliziert. Kurzes Beispiel. Der eine Mann kann zum Beispiel eine besonders freundliche Nice-Guy-Checkliste in seinem Kopf haben. Das heißt, wenn er jetzt rausgeht, hat er so eine Art Checkliste in seinem Kopf und da drin steht, ich muss nett sein, ich muss gut zuhören können, ich muss der Frau Komplimente machen, ich muss besonders charmant sein, etc., etc., etc. Und danach verhält er sich dann im Gespräch. Das heißt, er hat so einen bestimmten Filter, nachdem er sich dann in diesem Gespräch verhält. Das ist aber anders, als wenn er sich zum Beispiel mit seinem Kumpel trifft. Da ist er ganz normal, da ist er ganz natürlich. Aber wenn er dann eine Frau in der Stadt anspricht, dann auf einmal operiert er nach dieser Checkliste. Das Problem dabei ist, die Frau merkt das. Die Frau merkt, dass es irgendwie nicht so wirklich natürlich ist, dass es nicht wirklich er ist. Und wenn es dann darum geht, hey, lass uns doch mal was machen die Tage, dann sagt die Frau, irgendwie, weiß nicht, irgendwie traut sie dem Braten einfach nicht so ganz, weil sie merkt, der Typ verstellt sich irgendwie. Der ist nicht ganz sich selbst. Das andere Spektrum, die Checkliste Nummer zwei, so ein bisschen diese Bad-Boy-Checkliste, könnte sein, auch oft von Männern, die schon viel Dating-Content konsumiert haben, die Checkliste könnte zum Beispiel sein, ich muss besonders frech sein, ich muss besonders schlagfertig sein, ich muss sexualisieren das Gespräch. Und wenn er dann die Checkliste hat, kann es sein, dass er einfach viel zu viel, zu hart, zu offensiv dann am Flirten ist in dem Gespräch. Klar, macht Spaß. Ja, mal witzig, mal frech zu sein, mal schlagfertig zu sein, aber wenn er das dann nur macht, und die Frau merkt auch, dass es irgendwie, der Typ sich zu sehr anstrengt. Ja, ich meine, der macht zwar gute Sachen an sich, ja, das heißt mal necken, mal flirten, aber wenn es dann Ganze, das Ganze zu viel wird, dann merkt die Frau, hey, der strengt sich irgendwie zu sehr jetzt hier an, der ist irgendwie nicht so natürlich, irgendwas passt da nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und auch da, wenn es dann ans Treffen geht, dann, hm, lieber nicht. Ja, so, was ist denn jetzt die Lösung des Ganzen? Die Lösung ist, du musst die Checklisten, die du in deinem Kopf hast, von denen du denkst, dass eine Frau wollen würde, wie du dich verhalten sollst, komplett löschen. Ja, diese Checklisten musst du im Prinzip verbrennen, verbannen aus deinem Kopf. Ja, was sollst du denn stattdessen machen? Das Beste ist, dass du einfach ganz natürlich mit der Frau redest, so als wäre sie ein ganz normaler Mensch eben auch, und sie nicht auf ein Podest stellst. Ja, das heißt, wenn die Frau besonders heiß ist, dann, ja, versuchst du vielleicht noch extra witziger zu sein, oder noch freundlicher zu sein, ja. Und die Frau, wie gesagt, die merkt, dass du dir dich da ein bisschen verstellst. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Was sie hören will, ist im Prinzip das, was du ganz normal, natürlich authentisch denkst und fühlst, so dass sie dich als Person wahrhaft und auch echt kennenlernen kann. Das ist erstmal der eine Punkt im Gespräch, ja. Wenn du das schon mal machst, einfach nicht versuchst, sich da zu verstellen, nicht zu freundlich zu sein, nicht zu cool oder zu witzig zu sein, dann ist das schon mal ein guter Startpunkt. Was jetzt auch noch gut in den Gesprächen ist, dass du irgendwie für einen gewissen Kontrast sorgst im Gespräch, also wenn du mit ihr sprichst. Ja, das kann zum Beispiel sein, ich nenne dir mal ein Negativbeispiel, wenn du jetzt zum Beispiel besonders erfolgreich bist und du sagst, ja, ich bin besonders erfolgreich, ich verdiene viel Geld, ich bin super im Netzwerk und es ist alles positiv und positiv und positiv, dann denkt man sich so, ja, das ist schön für dich, aber irgendwie kann man es noch nicht so ganz relaten, ist noch nicht so ganz greifbar. Wenn du jetzt aber sagst, warum du das machst oder warum du zum Beispiel so erfolgreich bist, könntest du jetzt sagen, ja, also das war nicht schon immer so, ich komme eher aus Verhältnissen, wir wussten früher manchmal auch nicht, was wir am nächsten Tag essen sollten, ja, also wir kommen eher aus einer ärmlichen Familie und da hat sich dann bei mir da wirklich der Wunsch entwickelt, das später mal anders zu machen und so ist das Ganze gekommen und auf einmal hast du so eine dreidimensionale Person von dir, das ist viel greifbarer und es ist viel nahbarer und auch wesentlich interessanter. Das heißt, wenn du erzählst, sorge immer für einen gewissen Kontrast. Was ist ein Kontrast? Naja, hell, dunkel, gut und böse. Dass du schaust, dass du deine Geschichten so interessanter machst. Und wenn du jetzt denkst, Checkliste, schön und gut, habe ich verstanden mit den Kontrasten, das leuchtet mir auch ein, würde ich gerne mal in der Praxis ausprobieren. Das heißt, du würdest gerne mal Frauen ansprechen in der Stadt, du traust dich aber aktuell noch nicht, kannst dich einfach nicht überwinden. Dann empfehle ich dir, bewerbe dich mal auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir, da schauen wir ganz genau, wo es bei dir hakt, damit wir langfristig dein Liebesleben auf Vordermann bringen, damit du auch wirklich die Partnerin findest, die wirklich zu dir passt.